Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, der Montagshow liebe Zuseher. Mein Name ist Michael Schober, der nette Herr von Ich hab da was TV und heute bin ich für euch in Eulnhausen unterwegs im Fitnessland neben mir die Agnes und der Stefan. Dankeschön für die Einladung. Schön, erzähl einmal über das Fitnessland, was steckt dahinter? Das Studio ist 1987, also vor 33 Jahren eröffnet worden von unseren Eltern und mittlerweile von einer Fläche von 800 Quadratmetern auf 5000 Quadratmeter gewachsen, also mit einer Zeit. Also wirklich ein Top-Unternehmen. Stefan, Highlights, was gibt es alles bei euch im Hause? Neben dem vielen Platz und wir bieten natürlich auch unsere Trainerbetreuung. Das heißt, die Kunden bekommen einen individuellen Trainingsplan, der ihnen dann direkt an die Geräte erklärt wird und das in regelmäßigen Abständen, sodass sie nie alleingelassen werden. Zusätzlich haben wir noch Kinderbetreuung, das heißt, die Mütter können ihre Kinder bei uns betreut abgeben und dann ihr eigenes Training auf der Trainingsfläche machen. Aber lieber Stefan, die Väter dürfen das auch? Natürlich. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Was ist das? Dein persönliches Highlight ist, nehme ich einmal sehr stark an, nicht nur der sportliche Aspekt, sondern auch der Wellness-Auspekt. Wir haben ein großes Hallenbad, verschiedenste Saunakabinen, Infrarot, Dampfbad und Nebeldusche zum Entspannen für Nacht im Training. Stefan, hör auf. Es kommt immer als erster die Arbeit, liebe Zuschauer, und dann das Vergnügen. Und deswegen habe ich jetzt den Felix, der mit mir ein kleines Programm durchmachen wird. Felix? Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, wir gehen es an, oder? Absolut. Liebe Zuschauer, in Kürze das Training. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Liebe Agnes, lieber Stefan, Dankeschön, dass ich heute bei euch sein durfte, es war wirklich toll. Hat es euch gefallen bei uns? Das hat mir urgut gefallen. Liebe Zuse, das Beste hier im Fitnessland ist, habt ihr eine Mitgliedschaft, dann sind Getränke und ein wunderbarer, wirklich, der ist ein Wahnsinn, ein Kaffee inkludiert, also ich glaube, ich werden mir da heute noch ein paar genehmigen, ja. Stefan, was sagst du noch dazu? Aber, lieber Michael, nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie schaut's aus? Ja, dann hätte ich mir gesagt, Agnes, haltst du mein Mikrofon? Gerne. Schau, 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 Papa, ich hab da was. Hat es? Mach doch. Hey, Faas. Ich hab da was. Woo! 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 Untertitelung. BR 2018